Alles klar, die haben keinen Strom da oben. Ja genau, ich weiß. Ähm, dann hau ich da einfach mal kurz. Hier, komm, hast du Strom. Bis hier irgendwie was einzieht oder so. Bei denen ist auch alles fresh. Was hat der auch nicht? Oh, verdammt, Rohre! Rohre verlegen! Okay, ähm... Rohre. Hauen wir das mal bis hier. Damit wir gleich das ganze Gebiet hier abgrenzen, sag ich mal. Eigentlich muss ich das Wasser gar nicht... Also... Gar nicht bis übers Wasser machen, aber... Egal. Zieh ich jetzt einfach bis übers Wasser. Aha. Bis hier. Von hier bis Nee. Von hier. Bis hier. Ich mach das mal lieber von... Ich mach das mal lieber so. Ich glaub, es geht einfacher. Ein bisschen weiter tiefer. So. Zack. Hoch. So, ist gut. Zack. Das ist perfekt. Zack. Okay. Wir haben so viel Geld! Heilige Kacke, wo kommt das Geld her? Einfach nur, weil ich hier die ganze Zeit rumwischte und nichts mache, oder wie? Ich kaufe halt nichts, ne? Ich bezahle ja nichts gerade. Ich kaufe gar nichts. Irgendwie. Ich würde sagen, wir machen hier hinten, hier ganz oben nochmal ein komplett riesiges Wohngebiet. Alles wirklich nur Wohngebiet. Mehr nicht. Zack. Zack. Und dann machen wir hier nochmal... Hups. Hier nochmal... Hups. Hier. Danke. So. Wir haben hier unten zwar auch noch Wohngebiet. Oder Gebiet, aber das benutze ich jetzt nicht. Das war ja nur wegen den Schienen. Das wollte ich ja nur wegen den Schienen haben. Äh, gut. Können wir das nochmal hier oben verbinden? Zack. Und... Zack. Das alles wird noch einmal Industriegebiet. Moment, ich mach das mal so. Nein. So. Zack. Industriegebiet. So, dann führt eine Straße. Bitte hier einmal lang. Bis nach hier oben. Und auf der Seite genau das gleiche. Einmal hier durch. Bis nach hier oben. Hm, nee. Ich lass die Windturbine da erstmal da. So wird das auch nicht so. Genau. Hier rüber und... Verdammt. Ist nicht gerade. Ist nicht gerade. Lass ich das hier nochmal wegmachen. Ist auch nicht gerade. Egal. So, perfekt. Können wir nämlich... Okay, Moment. Wie machen wir das? Wir machen das so... ...dass wir hier nochmal ein riesiges Bürogebiet machen. Einmal so. Ich weiß nicht, wie gut das funktionieren wird. Ich versuche es einfach nochmal. So. Noch mal ein bisschen mehr Platz zwischen den Straßen lassen. Das ist zu viel Platz. Das passt schon her. Eine Reihe können wir hier noch ein bisschen ranziehen hier. Zack. Perfekt. Können wir die Straße noch weiterführen bis hier. Und wieder runterführen bis hier. Auf der linken Seite komplett Wohn... äh... Dingsgebiet. Hier hoch. Dorthin. Und auf dieser Seite nochmal komplett Gewerbegebiet. Einfach mal so, weil wir es können. Einfach komplett... ...so eine Gebiete zu machen. Zack. Zack. Und dann knüpft... Oh. Ups. Knüpft hier oben... ...nochmal ein komplettes Wohngebiet an. ...was komplett drüber reicht. Bis hier hinten. Zack. Hier nochmal. Hier nochmal. Okay. Ich glaube, wir machen das anders. Und wir bauen diesmal alles als erstes. Wir bauen als erstes... ...strom haben wir hier. Eigentlich. Genug. Dann bauen wir erst mal... Wasser haben wir hier auch, ne? Oh, wir sollten vielleicht demnächst mal neue Wasserpumpen bauen. Wir bauen erst mal eine Mülldeponie. Und zwar... ...eine hier unten hin. Und eine... ...hier unten hin. Ups. Hier unten hin. Genau. Und vielleicht noch eine hier... Ne, da oben kommt... Ne, da oben nicht. Nur alles... Das ist erstmal alles unten. Kommt hier unten noch eine Müllverbrennungsanlage daneben. Hä? Wieso geht das? Okay. Weil die Straße schräg ist. Geil. Ah, okay. Wir haben das da ein bisschen anders. Wir haben hier noch Schienen. Deswegen haben wir hier noch eine Straße mehr. Alles klar. Dann bauen wir eine... Arztpraxis. Können auch gleich ein ganzes Krankenhaus eigentlich bauen, ne? Bauen wir mal ein Krankenhaus hier oben hin. Eigentlich ist das zu viel. Friedhöfe. Dann bauen wir erstmal einen Friedhof. Hier unten hin. Bauen wir einen Friedhof. Hier hin. Einen Friedhof. Einen Friedhof. Hm. Hier an die Straße. Das ist alles so ein bisschen komisch gerade. Alles klar. Hier in den Friedhof hin. Gefälle zu steil. Hier noch einen hin. Und... Wie wäre es denn mit... Irgendwie hier noch. Ach komm, wollen wir nochmal einen hier hin? Krematorium hier neben. Hier neben. Hier neben. Dort. Dort. Dort und... Hier. So, brauchen wir Arztpraxisen. Praxisen. Praxisen, ja. Arztpraxisen. Ich würde sagen, eine bauen wir irgendwie hier hin. Wir bauen jetzt alles voll, Leute. Alles bauen wir voll mit Sachen. Zack. Zack. Dort noch eine hin. Hier noch eine hinbauen. Und hier noch eine. Sollst du vielleicht an solche Kreuzungen hier bauen? Hier. Hier. Was reicht. Okay. Wir haben schon wieder voll viel Geld runterge... Also... Voll viel Geld verloren. Ich glaube, dann brauchen wir aber eine Feuerwehrwache. Irgendwie hier oben. Weil hier ist die größte Brand... Brandgefahr, habe ich das Gefühl. Dann machen wir die... Feuerwache mal hier hin. Hier kommt nochmal eine Feuerwehr hin. Genauso wie hier unten zum Friedhof. Fühlen sich die Leute bestimmt nicht gestört. Hier. Hier oben. Und eine am besten noch irgendwie... Hier ran. Okay. Dann müssen wir jetzt warten, bis wir Geld haben. Damit wir... Ne, dann bauen wir erstmal doch eine Polizeistation. Hier haben wir die Polizeivache. Äh... Die Feuerwache. Das heißt, hier kommt die Polizeistation hin. Alter. Ja. Erstmal richtig hinsetzen. Und einen Schluck Kaffee trinken. Können wir ein Darlehen nehmen. Wir nehmen das 20.000er Darlehen. Das ist dumm. Das Gebiet hier oben ist dann komplett... Abgesichert. Nein, hier oben könnte... Ja, hier fehlt irgendwie noch eine. Hier. Jetzt haben wir nicht genug Geld. Yes. Perfekt. Kommt hier eine hin. Ist halt schon ein riesiges Gebiet eigentlich, ne? Ist halt... Ja. Wir haben immer noch keinen Namen für unsere Stadt. Fällt mir gerade so auf, Leute. Stimmt, stimmt, stimmt. Hä, Wasser ist da oben doch, oder nicht? Oh nein, nein. Da ist kein Wasser. Super. So. Bauen wir das alles halt ein bisschen schräger, sag ich mal. Zack, bis hier. Zack, bis... Hier. Okay, wir können eine weitere Polizeiwache bauen. Und zwar bauen wir diese... Hier hin. Hier unten eine hin. Hier vielleicht? Ich muss die, glaube ich, schon hier hinbauen. Hier. Er muss hier unten noch eine hin. Zack. Und hier. Zum Friedhof. Supergeil. Ich muss kurz auf das Geld warten. Da muss ich da oben noch eine hinbauen. Irgendwo an der Straße. Und Schulen klatschen wir, glaube ich, später hin. Obwohl, nein. Das müssen wir auch noch machen. Aber hier unten führt auch noch eine Feuer... Äh, eine Polizeiwache. Ich glaube, die klatsche ich hier irgendwie direkt hin. In die Ecke. Wenn wir das Geld haben, natürlich. Es ist schon 2021. 2021. Wir haben schon den 16.12.2021. Ja, gut. Fünf Jahre in der Zukunft. Okay. Jetzt mal meine Handgelenke knacken. Das ist... Sehr befreiend, wenn man das machen kann. Wollen wir es hier hin oder hier? Ich will es hier hinbauen. Wollen wir es mal hier hin? Ähm, super. Ein Gebäude ist abgebrannt. Ja, alles klar. Ist okay. Können sie... Kann sie sein. Kann es sein. Hauen wir hier eine Grundschule hin. Ich glaube, dann kommt die nächste hier an die Ecke. Das macht überhaupt keinen Sinn, oder? Hier vielleicht an die Straße. Oder hier oben an die Ecke. Guck mal, das bietet... Das macht so einen kleinen Bereich. So einen ganz kleinen nur. Das ist B-Nate. Ja, dann baue ich hier unten eine in die Ecke. Das ist nicht mein Problem, wenn hier nicht... Ne? Dann mache ich hier noch eine hin. Und dann kommt hier unten in die Ecke noch eine. Minus 6 Dollar gerade gehabt. Ja, GG. Gewerbegebiet ist halt super gefragt. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, dass wir das jetzt alles auf einmal... Also, dass wir das jetzt alles schon bauen. Hier habe ich gerade die Kamera gedreht. Ah, cool. Wusste ich gar nicht, dass das so geht. Mit der Tastenkombination. Guck mal, hier ist halt in der Mitte. Ist halt nirgends irgendwie... Was ist, wenn ich hier eine Straße durchziehe? Zack, zack. Ist das jetzt alles besser? Ne, jetzt ist alles noch schlechter. Hauen wir hier noch eine Grundschule hin? Meinetwegen, also auch wenn ihr wollt. Wir hauen hier alles voll mit Grundschulen. Mir ist das egal. Mir ist das doch Wumpe. Dann hauen wir hier auch nochmal durch die Mitte. Überall. Straßen einmal durch. So. Okay, und jetzt... Nein, das machen wir erst mal als Gebiet, weil sonst haben wir hier... Sonst haben wir hier bald nichts mehr. Ist das normales Gewerbegebiet oder ist das... Gewerbegebiet. Ist das auch Gewerbe? Ja, das ist auch Gewerbegebiet. So, machen wir das aber wieder mit dem Werkzeug. Ich hätte hier gerne. Komplett erst mal Werbegebiet. Zack. So, da kommt noch Industriegebiet hin. So, dann will ich erst mal... Auf der gleichen Höhe auch nochmal Gewerbegebiet haben. Das heißt, bis hier hinten alles voll mit Gewerbegebiet. Zack, 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 zack. Hier auch nochmal ein Stückchen. Und... Ich kann ja so machen. So. Ne, das kann ich nicht machen. Schade. Aber ich kann das alles einmal markieren. Genau. Dann das hier auf dieser Höhe auch einmal. Komplett auf Werbegebiet. So, dann will ich das alles hier gerne. Bürogebiet eigentlich haben. Bis hier so, genau. Das alles hier soll Bürogebiet sein. Zack. Und zack. Und der Rest ist alles dicht besiedeltes Wohngebiet. Alles. Einfach so. Einfach, weil ich es so will. Komm, Alter, wie schnell sich hier was ansiedelt. Ja, geh, geh. Ja, geh, geh. Ihr kriegt bald Strom. Ihr kriegt bald Strom. Ich mache das aber erst einmal so. Damit sich hier erst einmal was anbietet. damit hier erst einmal Stromsorgen weg sind. Damit hier die Stromsorgen weg sind. Hier auch. Hier oben auch. Das ist ja alles so doof, ey. Ach, warte. Verbindet sich das gar nicht? Ja, hier. Komm. Hier. Komm. Das musste ich gar nicht verbinden eigentlich. Okay. Nö, das ist mir egal. Komm, ich reiße es. Das reiße ich wieder weg. Der Rest bleibt erst einmal so. Gut. Dann kann ich erst einmal mich wieder weiter um die Schulen kümmern. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Kommt hier unten eine hin. Hier oben an die Straße. Hier an die. Hier unten in der Ecke. Und hier oben. Am besten noch hier. Na, nee, egal. So, dann kommen wir jetzt hier erst einmal die Oberschulen. Zack, eine hin. Hier. Jetzt haben wir nicht genug Geld. Schön. Sehr schön. Oh, eigentlich würde ich den Part gerne beenden. Ich will nur schnell noch das Geld haben. Das haben wir bald abbezahlt. Das dauert noch ein bisschen. Das dauert auch noch ein bisschen. Ah, wir können wieder eine Oberschule bauen. Ich wollte hier oben eine hin holen. Ich glaube, weil er hier... Machen wir erst einmal hier. Hier unten eine. Dann glaube ich auf jeden Fall hier eine hin. Ja, da ist, glaube ich, am sinnvollsten noch. Ich glaube, das Projekt ist eigentlich bald beendet. Wir haben eigentlich vieles gesehen. Vieles jetzt schon fertig gemacht. Ich habe genug gesehen eigentlich. Für mich persönlich jetzt. Für mich ist das Projekt eigentlich bald vorbei. Ich weiß ja nicht, wie es mit euch steht. Vielleicht wollt ihr ja noch unbedingt gerne mehr sehen. Dann kriegt ihr natürlich auch noch mehr. Von City Skylands. Aber ich weiß halt nicht, was ich noch alles bauen soll. Keine Ahnung. Ich habe halt... Ich habe halt echt jetzt... Ich bin so weit. Für mich persönlich wäre jetzt der Punkt, wo ich das Spiel wahrscheinlich vorbei sein lassen würde. Wo ich es halt ein paar Monate nicht mehr anfassen würde. Bis ich es halt... Ja. Dann irgendwann vielleicht mal für jeder für eine Stunde zocke. Aber naja, ich bin zwar erst... Ich habe zwar erst sechs Stunden jetzt gespielt. Aber... Sechs Stunden reicht halt so gesehen für mich schon. Bei so einem Spiel hier. Bei anderen Spielen würde das auch nicht reichen. Aber bei so einem Spiel... Doch. Reicht schon. Ich weiß nicht, weil es halt eigentlich momentan die ganze Zeit das Gleiche ist. Wir müssen halt nur Straßen bauen. Mehr Gebiete bauen. Und... Wieder... Ja. Wieder Straßen bauen. Gebiete bauen. Wir kriegen zwar zwischendurch neue Sachen dazu. Aber so viel... Pep bringen die jetzt auch nicht mehr in die Sache. Sag ich jetzt mal. Deswegen. Also... Eigentlich... So. Universitäten haben wir glaube ich nur eine einmal hier irgendwie in die Mitte. Und einmal hier in die Mitte. Das dürfte eigentlich... Eigentlich sollte das reichen. Kosten halt echt viel. Deswegen reicht das erstmal. Und gut Leute. Ich würde sagen hierbei endlich den Part. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja... Ne. Den Spruch sag ich nicht mehr. Der ist doof. Ähm. Ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei... Das. Nächste Mal wieder. Haut... Drei... Na. Ah wartet. Haut... Drei... Na. Drei... Drei...